So, jetzt geht es zum Wenner-Umbau, die erste. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und die Glocke. Schaut mal, der Schrank ist jetzt draußen, da ist das Klo zu sehen. So, der steht schon mal drin. Hier kommt jetzt noch die alte Holzarbeitsplatte rauf. Ich habe mir jetzt einen kleinen Beistellschrank gekauft, der nicht ganz so tief ist wie der andere, wo man auch ein Schubfach raussehen kann. Und ich hoffe, dass ich dadurch mehr Ordnung halten kann. Und den baue ich jetzt auf. So soll er aussehen. Und das ist die bisher beste Bedienungsanleitung oder Aufbauanleitung, die ich je gesehen habe. Denn jedes Brett hat einen Buchstaben. Und das wird wirklich hier Schritt für Schritt erklärt. Und hier seht ihr zum Beispiel, ich brauche gar nicht sortieren. Ich muss mir bloß die Buchstaben in Sichtweite legen und dann kann es schon losgehen. Auch die Schrauben haben hier alle eine Buchstaben drauf. So kann man auf der Aufbauanleitung schon sehen, welche Schraube man verwenden kann. Also alles total easy. So, ich bin jetzt inzwischen mit Schritt 4 fertig. So sieht es bisher aus. So, ich bin jetzt inzwischen mit Schritt 4 fertig. So, da ist das gute Stück. Hier oben geht zum Beispiel erstmal eine Klappe auf. Dann hierviel noch die Knöpfe. Ein Schubfach. Und hier ist ein großer Schubfach. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Arbeitsplatte will ich behalten und mal sehen, wie ich die auf den neuen Schrank schraube. Schaut mal, der Schrank ist jetzt draußen, hier liegen die Teile alle und so sieht es aus ohne Schrank, da ist das Klo zu sehen. Ja und jetzt hole ich mal die anderen Schränke. So, der Schrank steht schon mal drin. Da ist das alte Stück und da ist das neue Stück. Und jetzt wird das alles angepasst und eingebaut. So, Schrank 1 ist drin, ist schon fest. Ich zeige es euch mal. Der ist hier direkt an der Toilette dran. Da steht jetzt noch der Gerümpel, der später wieder aufs Fensterbrett muss. Schubflöcher gehen auch zu öffnen und da habe ich die Knöpfe vom alten Schrank wieder angebaut, wenn mir die so gefallen haben. Ja, da komme ich ja viel besser ran als vorher beim Schrank. So, und hier muss jetzt der andere Schrank hin. So, der steht schon mal drin. Hier kommt jetzt noch die alte Holzarbeitsplatte rauf und dann noch was zum Umklappen für draußen. Und schaut mal, jetzt kann ich ganz bequem mit den Beinen hier sitzen und komme auch überall hier ran. Die Tür geht super auf. Das ging halt vorher nicht so gut. Ich musste immer aus dem Autoklettern mich hier hinlegen, um ganz hinten an alle Sachen ranzukommen. Das war ja so weit, so tief sozusagen, wie es hier ist. Und schaut mal, meine Beine, ich musste halt immer quer sitzen, was jetzt auch nicht so schlimm war, aber ich bin nicht hinten im Schrank an die hintersten Stücke gekommen. Und jetzt habe ich die Schränke so konzipiert, dass ich an alles rankomme, alles ausziehbar. Oder, also hier sind ja dann noch Schubfächer drin und das geht auch bequem auszuklappen. Und ich komme überall ran. Ich freue mich schon, wenn ich es einräumen darf. Jetzt nochmal der Blick von draußen. Ja, es ist zwar höher, aber das Fenster ist immer noch zu sehen und dahinter standen ja sowieso nur diese Basskörbe, die passen auch immer noch dahinter, so dass es eigentlich alles kein Problem ist. Theoretischerweise könnte ich unten noch die Füße absägen, denn habe ich noch mal ein paar Zentimeter mehr. Ja, das überlege ich mir morgen, ob ich die absäge oder nicht. Also ganz theoretisch wäre das natürlich auch nochmal Stauraum, zum Beispiel für Handfäger und Müllschippe, weil es man alle zehn Minuten eigentlich braucht, also ich jedenfalls. Was mache ich nur? Was würdet ihr denn machen? Schreibt es mal in die Kommentare. So, sieht es jetzt aus. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich die so fest bekomme, dass die nicht rausfallen. Schaut mal, was noch neu ist. Mein neues Gewürzregal. In die Tür habe ich einfach vier passende Gläser reingestellt und fertig. Ich habe sowas eingeräumt, passt mal auf. Hier oben sind so Instant-Nudeln und hier unten meine Kaffeemühle. Dann habe ich den Kaffee hier in so ein Glas gemacht und die French Press. Passt genau da rein. Ja, jetzt habe ich hier die Regalteile angebaut, sodass ich eigentlich immer draußen kochen kann. So sieht es jetzt aus. Und hier kann dann der Kocher rauf, unter freiem Himmel. Ja, und falls es mal regnet, will ich hier jetzt auch noch so einen Regalaufhänger anbauen. Und wenn ich dann koche, dann kann ich hier noch die Platte einhängen und habe hier gleich noch einen Tisch. Das Holz für die Platte habe ich angeschliffen und jetzt streiche ich es mit Öl ein und dann hält es ewig. Was ich euch nur zeigen wollte, diese Lampe ist absolut toll. Die hat hinten Solar. Man kann sie auch über USB laden und die hat so ein helles Licht. Man sieht es jetzt gerade nicht. Ich kann es euch ja mal im Dunkeln zeigen. Ich glaube, es ist soweit. Ich kann jetzt sagen, Wenner ist fertig. So wie sie jetzt ist, kann ich es gut aushalten, mit ihr zu reisen. Es ist praktisch, es ist schön. Jedenfalls ich finde es schön und das ist die Hauptsache. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und natürlich Abo nicht vergessen. Und die Glocke. Und die Glocke. Und die Glocke. Und die Glocke.